BOOOOOM! Mach's an mal, people! Is your boy, my whore! Don't play us here, sir! Ey, wir sind heute wieder, back to it again, mit einem Reaction Video. Und wir haben heute wieder mal ein Video von Tom Supreme am Start, he? Es heisst, wie klärt man Frauen aus MIAMI, he? Er ist in Miami am Spring Break und macht eine Umfrage, he? Wir sind mit Gel in MIAMI, he? Ich bin, ich fack mich an, wir springen gleich rein, yes sir! Wir haben eine Frau! Fuff ich auf sie! Was macht ihr? Jetzt geht's ab! Yo! No way! Baby! Yeah! Ja! Oh, no! What the fuck, man? Yo, nigga! Ich bin hier hergeradelt! Ich bin hier hergeradelt! Wenn euch das fragen, was ich für eine Radlerbrille anhab, ich bin hier hergeradelt! 10, 10! Follow! Yeah! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Man kann nur gewinnen! Der ist total! You wanna pet him? You wanna give him a kiss? Yeah, yeah, yeah! And you too? Ja, das bin ich! They find me sexy! Yeah! You wanna pet him? Damn! Das ist crazy, he? Also, ihr wissen Bescheid, he? Wenn ihr keine Tings bekommt, he? Wenn ihr keine Pussy bekommt, dann holt euch so einen kleinen Hund! Und ihr seht's, he? Alle Frauen kommen! Yeah! Okay! Hey! Die nächste gute Strategie, die ich erkannt habe, muss einfach mal singen! Do you want to sing for the ladies? Yeah, so I was gonna, I was gonna! Yes! Louder, Louder, man! That's it, right? If a boy can sing, it's into your heart, directly! No, directly! Yeah, no, I'm falling in love with him! I'm swimming! I'm literally swooning over him! Swimming in the... Swooning! Bebs! S-W-O-O-N-I-G! Swimming! Am I hot to you? Yes! Yes, really? Oh, really! What do you like about me? Particularly your hair! And these! Wow! This one? Burberry! Mashallah, der deutsche Jürgen! You like singing? No! You can sing also? No, can you? I can sing! You can? Let's hear it! Talking to the moon! No! Sorry! Can you sing for me? Sing for you? No! Actually, I don't like Billy! I'm Billy Dick, my dad is... Billy Dick?! My dad is... Dick Billy! And then he is... Billy Dick! And how long is the Billy? Uh... Not too big! No! 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 I'm sorry! I'm sorry! Hello! Hello! You have a boyfriend? No! Do you think I'm sexy? Maybe just hello? Immerhin ein bisschen, so wie Andrum. Hast du schon ein Junge gebetet? Ich habe ein Junge gebetet? Nein, und ich gehe nicht. Oh! Hallo, geil! Woher bist du? Hier. Ohio? Nein, hier. Hier? Direkt hier? Boca. Boca? Du siehst wie Pocahontas. Pocahontas? Ja. Pocahontas? Sie ist schlecht. Das ist ein faddy, hier. Das ist ein faddy, hier. Das ist ein faddy, hier. Okay, good-bye. Ich mache schon wieder. Ich mache schon wieder. Are you the MILF-Hunter? I may or may not be the MILF-Hunter. What are you? No, I'm just a student. You're having a good time. Do you look for some Shikimiki? Sexy-girly? Shikimiki? Sexy-girly? I see where the world takes me. Ja. One step at a time. My fucks with your style, bro. You look hella good. I like your glasses. You look good too, yo. Thank you. Do you like men? Uh, I do not like men. You look like a snack. And I'm hungry. But I live it's okay, Shikimiki. Says that? Do you like men? Okay, let's chill. You have water? What? Do you want water? Yeah. Sexy, right? Yeah, very. Should I do it with my mouth? No. America! Show me your flag. 100% American, baby. It's a big flag, right? 100%? Yeah. 100%? It's good, man. It's good, man. Nah, not that big. I have the same problem, man. I can see two big anacondas here. Am I right? What? What kind of snake is it? Uh, we check a later find out. Is he real? Yo! Is he a... A bad snake? Oh, hell no. No. Good snake? Yes. How long do you think is my willy? How long what? My willy. It's the tiny one between my legs. Oh. If it's tiny, I don't want that shit, bro. But I have a good character. That's like a choke, bro. Yo, who just said that? Yo, if that shit is little, I don't want it, bro. I don't want that shit, bro. You know that? Joke. A choke. You know what I'm saying? A choke. Yo, this is mad Hollywood. Let Hollywood. It's a good magazine. 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 Bikini bottom! Bikini bottom! Du bist auch ein Mann, also ich habe keine pick-up lines für dich. Jooo, was ist das? Er guckt wie der Demons. Wir haben pick-up lines, und ich f*** her f***ing tour f***ing moons. Trust me, trust me. Nice, nice. Trust me, trust me! So der Sonn nicht kommt. Der f***ing... Wie geht's das? Wie geht's das? Trust me, trust me. Yo, yo, chill! Es reicht, es reicht. Du hast genug gesagt. Du hast genug gesagt. Sein Kollege! Du musst wegziehen, Alter! Du kannst nur deinen Kollegen so laufen. So, auf der Kamera sein! Wir machen das für 8 Jahre, und dann werden wir weiter. Kennen Sie diesen P*********? Komm mal hier! Hallo! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Du bist der Filmierer der A$$$$? Ja, ich bin. Ja, warum nicht? Lass uns deine A$$$$! Ja, wir können. Happy Spring Break, yo! Happy Spring Break, enjoy! Er filmt A$$$$$! Was? Ich hab' das Filmierer der A$$$$$! Man, du machst das nicht so gut. Du hast Fragen, oder was? Have a nice! Viel Spaß heute Abend! Wie viele Mädels hast du gepresst? Eine. Nur sie. Das ist die Mädchen? Ja, ja. Teach mir, wie ich eine Mädel hier kann. Sag' ein paar lustige Sch***. Ja, was hat er gesagt? Ja, er hat mich erst mal auf eine Date zu Olive Garden. Aber dann hat er gesagt, sit auf meine Gesicht, bitte. Das ist es! Sit auf meine Gesicht, bitte! Das mache ich jetzt beim nächsten Mal. Ich probiere es jetzt. Ich droppe ihn jetzt. Kann ich dir was erzählen? Sure. Willst du auf meine Gesichter sitzen? Nein. Ist die Ecke gerade jetzt kapiert? Nein. Ja, ich kann mich nicht helfen, aber ich musste kommen und sagen Hallo. Ich sah dich von da unten. Oh! Ja, du bist da unten. Woher sind du? Um, ich gehe hier in der Schule. Michigan. Sind du ihn interessiert? Nein, aber ich bin nur shotgun-ing, wenn mein Freund mit mir kann. Was ist ein Shotgun, Bro? Schauen und lernen. Show mir, wie es funktioniert. Holy shit! Shotgun! Die Kinks machen Shotguns! So, das ist ein amerikanischer Shotgun. 5, 3, 2, 1, Yo! Er wird auf mein Fuß gepisst! Du machst das ganze Zeit? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Kannst du das mit mir machen? Nein. Bist du ein Golddigger? Bist du ein Golddigger? Nein. Das ist wunderschön. Was ist wunderschön? Digging für Geld? Ich gehe nicht für Geld. Du diggst für Alkoholikern. Boah, ich habe das Gefühl, da war irgendwas zwischen uns, oder? Nein, nein. Bist du der Tiktok von Tiktok? Ja. Ja! Elicious! HE'S HIM! Was sind die Muskeln? Muskeln? Stay consistent, workout, diet A lot of meat Nice How long are they? I don't know Das ist mannlich Ja Ich habe das nicht Hast du Tipps für mich? Be respectful Ich sage, du bist wunderbar Respektvoll Freunde Hallo Ich denke, du bist sehr schön Kann ich dein Nummer holen? Was soll der Scheiß? Das ist es Das ist es Ja Jetzt kommt dieser geile Moment, wo alle aus dem Grund sind Ist das nicht dieser Moment, wo man einfach mal anfängt zu tanzen, Dicke Das ist wirklich ein Ref Das ist 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 ein Ref Hey 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 Oh my god You nervous? I'm on that shit I'm on that shit Never 3 3 2 1 Come on Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Ah, du bist das Das ist doch nicht gefährlich, oder was ist wenn so Wenn so die Schädel gegeneinander touchen, Dicke Uuuuh 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 Ich bereite mich jetzt freiwillig Ich mach jetzt mit Stell dir vor ich darf Bruder direkt Tod Uuuuh Ja Uuuuh Uuuuh Hate Are you afraid? What? Are you afraid? Hell no! Ich hab zwei Frauen! Hell no! Mama mia! Das ist eine Frau! Sowas brauchen wir in Deutschland! Go ahead! Yes, yes! Komm mal da! Fuff hier auf sie! Fuff hier auf sie! Hey, hey! Warte was ich! Zieh jetzt Fotos! Zieh jetzt Fotos! Ja! Jetzt geht's ab! Jetzt geht's! Uuuuhh! Oh mein Gott! Ja! Bruder! Bruder! Ich hätte Hidens schiebt! Traumhaft! Was geht? Alles gern am sein? Was ist denn hier los? Ein Deutscher! Geile Titten! Geile Titten! Holst nach Deutschland! Holst nach Deutschland! Let's go! Let's go! Ein wahrer Mann! Ein wahrer Mann aus Deutschland! Du musst einfach rumtacklen! Ich wünsche ihn weg! Ich wünsche ihn weg! FEDUCHE! 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 gegen die Frau und dann kämpft? Ja. Ja, das ist sexy, richtig? Ja, sicher. Ja, du magst es? Das ist intensiv. Ich höre immer das. Ja. Ich mag deine Sonnengelassen. Ich mag dich. Danke, du auch. Du bist schön. Danke, du auch. Kann ich dich kissen? Wahrscheinlich nicht. Das ist Harassment. Harassment? Das ist, wenn du probierst. Das ist ein geil Racer, aber es ist so zu so... nicht so aggressiv, aber so... aufdringlich, so oft. So... Nein, das machen wir nicht. Nein, definitiv nicht. Weil man auf geht. Aber sie haben große Muskeln und große Penisse. Also wer gewinnt, ist der Winner. Aber ist es für dich sexy? Nein. Es handelt sich. Wenn sie mich kämpfchen, vielleicht. Ja. Aber wenn es nicht mich wäre, dann nein. Aber sie kämpfchen nur für dich. Es ist für mich. Es ist für mich. Es ist für mich. Es ist für mich. Ich weiß noch nicht die Frage. Ich habe nicht gehört. Das ist der Problem. Ja, das ist der Problem. Was ist die Frage? Ich muss es hören. Du denkst, ich bin sexy? Du bist da. Die Späte sind so gut. Ich mag es. Ich mag die FIT. Nein, aber die FIT ist gut. Die Burberry-Pants. Meine Fische? Gute sunglasses. Die Pearls. Ich weiß nicht ob ich das richtig álbum habe, aber es ist so richtig, da. Ich finde mich aus. Kalifornien. Kiss auslap. Nein! Kiss auslap. Du mal lieber Muskel. Kiss auslap. Kiss auslap. Kiss auslap. Kiss auslap. Okay. Kiss auslap. Kiss auslap. Not in Amerika. Ich werde nicht jemanden slapen. Kiss auslap. Kiss auslap. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kiss auslap. Ich bin einfach nur der Wingman. Der Wingman. W-Wingman! 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 Holy shit! Very nice, yeah? What? Very nice, yeah? Can you drop that mic, eh? When the A-O man is waiting up... What? You know the late? I don't get you, what do you think? Can we turn off the glasses? Yeah, cook it in the camera. Make it down. Make it down it. W-Video, man. That's the funny scene, man. That shit was funny. Hey! I hope you liked it, eh? Check me out. Insta, TikTok, Twitch, AteoFrancisco. That's SirAsiaBoy. And we out. Peace!